Türkische Panzer raus aus Kurdistan! Deutsche Panzer raus aus Kurdistan! Ich freue mich, dass auch viele von euch heute hierhergekommen sind, weil das, was wir in den nordsyrischen, kurdischen Gebieten erleben, ist ein Skandal und es können nicht genügend Menschen auf die Straße gehen, um gegen diesen Skandal, gegen das Verbrechen, das dort gerade abläuft, zu demonstrieren. Und ich sage euch, wir als Linke, wir stehen geschlossen an eurer Seite, wir stehen geschlossen an der Seite der Menschen, die jetzt in Afrin um ihr Leben fürchten müssen, weil sie von den Bomben und von den Panzern und von den Waffen, die hier auch in Deutschland produziert wurden, bedroht sind. Wir als Linke hier in Deutschland sind heute Abend in der Delegation aus dem Bundestag hier. Da stehen noch Genossinnen und Genossen von mir hier unter euch, weil wir es einen Skandal finden, wollen, dass die Bundesregierung, unsere Bundesregierung unter Führung von Frau Merkel und Herr Gabriel weiter mit der Politik von Präsident Erdogan paktiert. Und wir werden und wollen das nicht akzeptieren, liebe Freundinnen und Freunde. Erdogan und seine Regierung können ihre aggressive Politik in den kurdischen Gebieten und jetzt auch in Nordsyrien, nur deswegen in dieser Form durchführen, weil sie die Duldung der Westmächte, der Großmächte haben. Glaubt ihr denn, ohne die Duldung der USA, leider auch Russlands und auch leider der Bundesregierung, würden sie eine solche aggressive Politik wagen? Ich sage, das ist nicht der Fall. Und wir werden es nicht akzeptieren, dass in einer solchen Situation weiter Waffen, wie das die Bundesregierung plant, an die Türkei geliefert werden, um ihren verbrecherischen Krieg in Afrin in den kurdischen Gebieten zu führen. Wir sagen, keine Waffenexporte an die Türkei, keine militärische Kooperation mit der Türkei. Abzug der deutschen Truppen. Die Bundeswehr steht auch in der Türkei und kooperiert mit dem türkischen Militär. Abzug der deutschen Bundeswehr aus der Türkei und ein Ende dieser Kumpanei mit Erdogan und seiner verbrecherischen Politik. Und eine Sache, lass mich die noch sagen. Viele Menschen hier in Deutschland haben in den letzten Monaten und Jahren zur Kenntnis genommen, wer eigentlich in Syrien gegen die Terrorbanden des islamischen Staates gekämpft hat. Wer sein Blut und sein Leben dort geopfert hat, um den islamischen Staat zurückzudringen. Und das waren die Kämpferinnen und Kämpfer der JPG. Und ich sage es hier auch nochmal deutlich. Ich finde es ein Skandal, dass in Deutschland auf Wunsch der türkischen Regierung es verboten ist, die Fahnen der JPG öffentlich zu zeigen und auch dieser Kundgebung zu zeigen. Und ich sage auch, das kann nicht sein. Wir stehen solidarisch an der Seite dieser Menschen und deswegen muss man dazu öffentlich stehen können. Liebe Freunde und Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir werden noch schwere Zeiten haben. Wir als Linke stehen an eurer Seite. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!